Ich weiß nicht, wie es geht. Ich. Also zuerst müssen wir die zwei Tentakel da abhacken und dann spawnen gelegentlich an verschiedenen Stellen weitere Tentakel. Und wenn man die oder die Elite-Mobs, die da zwischendurch rumfliegen, kaputt kloppt, lassen die manchmal so ein Kristall fallen. Den kann man aufheben und dann kann man in der Wallachai mit rumlaufen. Irgendwann kriegt einer von uns so einen roten Totenkopf über dem Kopf. Und dann kurz danach kriegt man von dem Augenmann einen mit einem Laser verbrezelt. Wenn man in dem Augenblick einen Kristall in der Hand hat, wird der Kristall aufgeladen und man bekommt einen Skill, den man auf den Boss anwenden kann, mit dem man ihm dann endgültig Schaden zufügen kann. Wenn man es nicht schafft, den rechtzeitigen Kristall aufzusammeln, dann kann man dem Ding aber durch Ausweichen ausweichen, kurz nachdem der Totenkopf verschwunden ist, glaube ich. Okay. Also du musst gleich einfach erstmal rumhacken, bis irgendwas von Totenkopf passiert. Und am besten hier auch alles wegkloppen, was hier an Veteranen aufkommt, weil das wird irgendwann ziemlich voll. Zum Schluss, ich bin wieder weg, da. Was geht? Tschüss, tschüss. Macht's ab, tschüss. Tschüss. Might makes me right. Ich habe ein Gehirn, hier. Das war's. Oh Gott, die Pets kriegen auch einen Totenkopf, das ist ja interessant. Toll. Ich bin irgendwie verlangsamt, ich komme total langsam vor. Ich bringe hier keine Kristalle rum. Also im Endeffekt brauchen wir diese Tentakel da vorne eigentlich nicht zu machen, man muss einfach nur die Jahre umkloppen. Ja, die spawnen auch hier vorne, da nerven die schon ziemlich rum, weil die nicht da rumklatschen. Achso, ja, ja, klar. Aber da hinten jetzt nicht so Anspruch. Oh, Alter. Das war zu langsam. Ausweichen. Ach, haste ne Sche... Ah, super. Oh man, ey, das geht ja total schnell. Ich seh das nicht, Irgen. Ja, das war aber auch jetzt geknubbelt auf einem Haufen alles hier. Ich weiß nicht, irgendwas, aber ich lege. Kriegermeister. Achso, ganz zum Schluss gibt es noch mal eine Phase, da kriegen den Buff irgendwie alle. Ich muss aber auch nicht mehr aufholen. Ah, hab ich nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ich pack mal mein Pad weg. Ich kippe mich, dass ich nicht alternativ wieder draußen bin. Das schon, ne? Ja. Ich muss jetzt noch mal irgendwie rauskommen. Ha. Ha. Ja. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Ah! Hat mich ganz umgehauen. Kann man neu hinlaufen, ich bin ganz tot, ne? Geh lieber weg da zwischen den zwei Dingern ist, glaub ich, ziemlich scheiße. Ah, die haben irgendwie einen schlechten Takt, die beiden, ja. Dann vielleicht noch mal. Ne, das geht nicht. Ach, nein. Ach, nein. Ah! Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Jawohl Warum liegt denn alle am Boden, ist Pause oder? Ja Die ganzen Items, die man schleppen muss, liegen einfach irgendwann so schwer Aber die Taschen, die sind so übel schwer Die ganzen goldenen Klamotten, ey, ganze Gold ganzen Epic-Waffen Oh, hier gibt es sogar 15 von den komischen Ach, schau mal an Musik Untertitelung des ZDF, 2020